CAT S41 oder CAT S48C, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Design. Beim Punkt Design gewinnt das CAT S48C deutlich mit 83 zu 74 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 2,1 mm kürzer und es hat eine QWER-TZ-Tastatur. Das CAT S41 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 45 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 1,2 mm schmaler und 4,3 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm kommen beide Produkte auf 49 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Produkteigenschaften. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das CAT S41 mit 84 zu 76 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 15 Prozent schnellerer Prozessortakt, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit und 128 GB mehr externer Speicher unterstützt. Das CAT S48C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1 GB mehr Arbeitsspeicher und 2 nm kleinere Halbleitergröße. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das CAT S48C deutlich mit 37 zu 30 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Integrierter HDR-Modus. Es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts. Es bietet eine manuelle Einstellung des Weißabgleichs und es kann Panorama-Bilder schießen. Das CAT S41 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 56 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Eigenschaften. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das CAT S41 sehr knapp mit 62 zu 60 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 25% mehr Akkuleistung und 8 Stunden höhere Akkulaufzeit. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das CAT S41 knapp mit 70 zu 67 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Unterstützt zwei SIM-Karten, hat einen Kompass und 0,1 Watt pro Kilogramm niedrigerer SAR-Wert am Körper, USA. Das CAT S48C hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads, 0,2 Watt pro Kilogramm niedrigerer SAR-Wert am Kopf, USA und 60 mehr Smiley-Icons verfügbar. Ergebnis. Sowohl das CAT S41 als auch das CAT S48C erreichen insgesamt 47 Punkte. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden einen Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.